Willkommen zu einem weiteren Video hier auf Otaku Explorer. In dieser Videoreihe möchte ich über die Anime-Serie Psycho Pass sprechen. Ein in naher Zukunft angesiedelter Krimi-Thriller aus dem Hause Studio Production IG, welches optisch als auch handlungsmäßig herausragend ist. Lange Zeit war es mein absoluter Lieblingsanime. Ich möchte in dieser Videoreihe spoilerfrei über Teilaspekte dieser genialen Serie sprechen. Und diesmal geht es um die charakterstarke Protagonistin Akane Tsunemori. Die Protagonistin der ersten zwei Staffeln von Psycho Pass ist Akane Tsunemori. Eine faszinierende Figur, die eine starke Charakterentwicklung durchlebt. Ein interessanter Aspekt ihrer Persönlichkeit ist ihr auffallend niedriger Psycho Pass wert, die ihre Kollegen zum Staunen bringen. Die Arbeit der Inspektoren ist stressig, nervenaufreibend und teils gefährlich. So kommt es auch vor, dass Inspektoren zu latenten Verbrechern erklärt werden, wenn sie sich zu sehr in ihre Arbeit hineinsteigern. Doch selbst beim höchst emotionalen Fall, an der Akanes beste Freundin involviert war und es zu einem tragischen Vorfall kam, blieb ihr Psycho Pass wert stabil. Dies deutet auf eine emotionale Stärke hin sowie einer hohen Fähigkeit der Selbstkontrolle. Sie kann selbst in brenzligen Situationen rational agieren und einen kühlen Kopf bewahren. Könnte das der Grund ihres niedrigen Wertes sein? Andererseits wirkte Akane zu Beginn der Serie auch recht naiv und unerfahren. Sie hatte noch wenig Erfahrung mit der dunklen Seite der Gesellschaft gemacht und war noch wenig mit den Grausamkeiten vieler Menschen konfrontiert. Der Glaube, dass in jeder Person auch etwas Gutes steckt, kann sich selbstverständlich auch positiv auf den Farbton des Psycho Pass auswirken. Doch ganz gleich, woran es nun liegt, ihr Farbton ist hell, ihr Psycho Pass wird niedrig und ihr Polizeispürsinn verbessert sich von Folge zu Folge. Akane Tsunomori ist auch von ihrem Mindset her interessant. Obwohl sie, anders als ihr älterer Kollege Masaoka, nicht mehr die Polizeiarbeit vor dem Sibyl-System kennenlernen durfte, hinterfragt sie doch auch aus eigenem Antrieb das ein oder andere Mal die Entscheidungen des ach so hoch gelobten Sibyl-Systems. Im späteren Verlauf der Serie erfährt sie zudem, was es mit dem Sibyl-System wirklich auf sich hat. Und trotz oder gerade weil sie anerkennen muss, auf was die Sicherheit dieser Gesellschaft fußt, entscheidet sie sich, dieses System zu schützen. Sie lernt hinzu, weiß um ihre Position, emanzipiert sich von Kogami und Ginosa und lernt es, sich durchzusetzen. Es bleibt wenig von der unerfahrenen, naiven Polizeiinspektoren aus Folge 1 übrig. Stattdessen haben wir eine selbstbewusste junge Frau mit detektivischem Spürsinn, die pflichtbewusst ihrer Arbeit nachgeht. Akane Tsunemori. Das blasse Mädchen mit dem niedrigen Psychopath. Definitiv der interessanteste Charakter der Serie. Psychopath bezeichnet umgangssprachlich den Messwert für den psychischen Zustand der Seele eines jeden Individuums. 3 6 5 4 6 6 7 6 8